So, ein letztes Mal muss es sein. Ich habe noch ein abschließendes Nachttraining absolviert. Morgens kurz nach drei, weil nach sechs Stunden Schlaf war Feierabend. Nicht so mit Schlaf. Da habe ich noch eine Trainingseinheit eingeschoben und geschadet. Hat sie definitiv nicht, wie man sehen kann. So, jetzt noch eine Stunde bis Abfahrt zum Mister Universum war in Baden bei Wien, wo ich mal sehen kann, ist alles so, wie es sein sollte. Also wie gesagt, Formoptimal noch nicht aufgeladen, aufladen kommt noch. Somit gebe ich jetzt mal Ruhe bis nach dem Aufladen in circa 24 Stunden.